Freunde, neue Runde, neues Glück. Willkommen zu einer weiteren Folge. Undermine, mein Auge juckt. Was ist da denn los? Wayland, du laberst mich jetzt gerade nicht dicht, oder? Oder tust du das gerade wirklich? 7 Gold, ich kann mir nichts leisten. Okay, ich geh aber wieder nach unten. Ganz ehrlich, wenn das jetzt eine Challenge wär, nur ein Versuch, ich wär sowas von letzter. Aber das glaub ich nicht mal. Das glaub ich tatsächlich nicht mal. Arschhoch. Ich liebe diese Viecher, ne? Ich muss mir mit der Maus spielen. Sagt er, während er eine Ratte tötet. Sagt mir jetzt nichts, aber ich denke mal, dass alle Bomben in Brandbomben vielleicht verwandelt werden. Ich hätte mir auch die Beschreibung durchlösen können, aber hey. Wuppa. Muss auch ein bisschen mit der Gefahr spielen. Oh, ich wollte eigentlich gucken. Ich liebe dieses Geräusch, dieses Ich. Nein, hier ist noch Gold. Gold, Gold. Gold, Gold. Ah, der ist schon wieder ein Gold abgezogen. Belastende Situation. Meine Fresse. Ich muss einfach gar nicht besser vorbeilaufen. sonst das war easy bleibt nicht so gold meine fresse noch eine bombe haben die glück dass ich nicht werfen kann ich spiel grad mich quasi ich kann im real life auch nicht gut werfen auch Fuck, mein... Ja. First try. Easy. War gegen fliegen. Und raten. Über. Rücken. Bam. Alright, alright. Alright. 312. Gib mir was Gutes. Erhalte nützliche Dinge als Beute. Ich kann mir alles leisten. Tschüss. Und hab immer noch... Was ist das eigentlich? Feuer funken. Ist eigentlich ganz geil. Wenn ich nicht die Prävention habe, mich selbst anzuzähnen. Nein. Alter, du hast ein Glück gehabt. Schnapp dir die Beute. Du hast es dir verdient. Das sieht sehr vertrauenswürdig aus. Was ist das? Ist das ein Fell? Reste. Ah, lol. Okay, okay, okay. Jetzt hab ich den... Jetzt hab ich den Trank auch gecheckt. Ich spring einfach mal in das schwarze Loch. Was soll dabei? Kamerwaage. Kamerwaage. Alter. Sprechen. Ein Wesen, das sich an Verbotenen versucht hat. Äh, Abkommen mit dem Dämon. Okay. Wie war's, Sterblicher? Verlangen deine Lippen nach einem weiteren Biss aus der Frucht? Ja, gerade ein bisschen Hunger, ne? Bisschen Hungi. Ich bin mir sicher, du wirst dir etwas finden, das deinen Hunger stillt. Ich finde, ich bin ein super Synchronsprecher, auch für Dämonen. Lispelnde Dämonen sind mein Ding. Das ist hobbymäßig mein Beruf. Und so schnell machst du dein Hobby zum Beruf. Na, hast du Glück gehabt, dass ich mit der... Dass ich nix mit der Maus kann. Aschbruch. Ich kann nicht mal den Rasenmähen, was ist das für ein Leben? Ich krieg noch nur... Ich hab jetzt pro Gegner nicht volles Leben bekommen, sondern ein Leben. Also, ich will mich nicht beschweren, ne? So ist besser als nix. Was ist das denn? Gekko-Stoß. Das probieren wir gleich mal aus. Schwacher Fluch, Level 2. Blasen, flacher Blasen gesagt. Aua. Bist du, Deppert. Okay, ich hab noch einen Schlüssel. Das ist sehr gut. Hallo. Kobold Schüsselbombe. Nein. Ich hab's einfach mal kaputt gemacht. Und... Ah, okay. Jetzt, weil ich das Ding kaputt gemacht habe, hat sie mir Geld abgez... Ah, alright, alright. Charly versteht langsam das Spiel. Charly hat gelogen. Charly versteht sowas für ein gar nicht das Spiel. Bitte. Ich hab's einfach mal kaputt gemacht. Äh, Freunde. ich bin kacke mit der Steuerung ich hab's verbrannt da war in der letzten folge die bombe die bombuschka war auf jeden fall besser Alter geh mir nicht auf den Sack nein ich kann mich hinter den Felsen verstecken wie geil ist das denn ne maus ich bin zu früh gesprungen ich bin viel zu früh gesprungen da geh mir doch nicht auf den Sack jetzt hat er sein Angriffsmuster geändert wie belassen ist das denn gerade zu früh ok 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 nein schon wieder am gleichen fucking Gegner leg mir doch nicht auf den Sack werde ich es jemals schaffen das war sogar schneller als die ersten beiden Runden also die ersten beiden Folgen Freunde ja es ist mir nicht bestimmt den Kack Golem zu besiegen ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Tag wenn es euch gefallen hat Support ist kein Mord drückt den Like Button andersrum den Like Button und abonniert diesen Kanal um keine weiteren Videos zu verpassen konstruktive Kritik gerne in die Kommentare würde mich freuen Haut rein bis zum nächsten Part oder einem anderen Projekt ich weiß es nicht Ciao mit V-Freunde bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal